So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Minus. Ich nehme das wieder am Mittwoch auf und am Mittwoch wechselt auch wieder die Liga. Zu was die Liga wechselt, das seht ihr gleich. Jetzt gehe ich erstmal auf Kämpfe. Wir sind nämlich immer noch jetzt hier wieder in der Superliga. Ich hasse die Superliga, ich hasse die Hyperliga, ich hasse auch die Meisterliga, also gleicher Hass für alle. Am 26. April erwarte dich Superliga und Meisterprämie. Ja, wir gehen jetzt einfach normal in die Superliga, wie immer. Team ist erstellt, Meditalis, Azumaril und Regis Stiel. Ich habe nicht außerhalb der Videos gekämpft, das heißt, wir sind immer noch weit von 21 entfernt. Gegner heißt Pessalol oder so. Und jetzt sind wir Kampf und er ist Eis und das heißt, er muss wechseln. Macht er nicht. Macht er gleich. Steigerungshieb. Das ist gut. Ich fühle mich gut. Ich liebe die Superliga. Vergesst alles, was ich vor 5 Sekunden gesagt habe. So. Ist ja egal, wo ihr die Punkte macht. Das zieht nicht viel ab. Aber jetzt guckt euch das an. Wie das jetzt reinberstet in den Gegner. Ich weiß nicht, was der hat, was der macht, aber es ist wichtig, dass ich mit diesem Pokémon jetzt weitermache. Und deswegen schilde ich mal, nehme den nächsten Steigerungshieb und hoffe, dass er noch ein paar läppische Pokémon hat. Ich fühle mich eigentlich total unsicher mit Meditalis. Meditalis, ja. Ich habe ja sonst immer Dioxys vorne drin gehabt mit Konta, der einfach draufgehauen hat. Meditalis hält gefühlt halt jetzt nicht so viel aus. Ist auch nicht so stark. Guck mal, das konnten wir durchlassen. Das ist auch gar nicht so schlimm. Jetzt kommt er hier mit. Zumpex, da gehen wir jetzt mal auf den Eishieb. Ich hoffe, der ändert nichts an irgendwelchen Starttussen von mir. Ansonsten, Zumpex hat gut reingehauen. Können wir den Rest jetzt auch noch runterfahmen. Wollen wir das letzte Schild wegmachen und weiter so draufhauen? Ich mache es jetzt mal. Wir hätten den jetzt opfern können, aber lass mich mal den Rest draufhauen, weil irgendwie fühlt sich das gerade gut an, dass auch der nächste Steigerungshieb noch sitzt, wir noch stärker werden, das zweite Pokémon schon weg ist. Wir können keine Schilde mehr haben, aber der Gegner wahrscheinlich, glaube ich, noch beide, oder? Ja, er hat noch beide. Und Stahl! Ein Stahl-Pokémon beim Gegner und wir haben noch einen Steigerungshieb voll, bevor der jetzt irgendwas macht. Na gut, wechseln ist, glaube ich, sinnlos gerade. Wechseln ist, glaube ich, gerade sinnlos. Wir bleiben also drin. Er haut jetzt einen Move raus. Hätte ja sein können, den haut er noch raus, bevor ich angreife, aber dann sind wir fort und müssen den Rest jetzt noch mit. Was ist der Stahl und Boden? Nehmen wir natürlich Azumarill, weil wir haben ja Wasser, wir haben ja Blubber. Wir können ja mit Blubber angreifen und hier hoffentlich den Rest machen. So. Wenn ihr wisst, er greift gleich an. Hättet ihr natürlich nochmal auf ein anderes Pokémon gehen können, damit er euer Azumarill nicht kaputt macht, bevor ihr euren Move macht. Aber Azumarill hat ja auch eine hohe Verteidigung, hält eigentlich einiges aus. Der hat einen ganzen Erdbeben jetzt gefressen. Das Erdbeben hätte wahrscheinlich mein Registil komplett vernichtet. Aber Azumarill hat das locker weggesteckt. Ich würde jetzt trotzdem aus Spaß einfach mal wechseln, weil ich Angst habe, wenn er seinen Move voll hat und doch meinen Azumarill raushaut, ich mit ihm hier und Zielschuss nicht mehr so viel machen kann. Deswegen lasse ich das Erdbeben jetzt mal auf mein Registil gehen. Ihr seht, ich mache im Prinzip keinen Schaden, aber er gibt auf. Er hat schon gesehen, was ich vorhabe. Einfach irgendwie das Registil hinstellen, dass er seine Moves daran auspowert und dann komme ich und blubber ihn weg. So, das ist schon die ganze Geschichte gewesen. Also ein Sieg, jetzt sehe ich auch mal meinen Rang. Wir sind auf Rang 16. Rang 16, 17, 18, 19, dann gibt es die Top-Lade-TM. Vega 10 ist der Gegner. Mit Panzer Aeron kann ich da was ausrichten. Flug gegen mich ist viel zu brutal, aber es ist ja auch Stahl. Also ich mache ein bisschen Schaden gegen ihn, er gegen mich. Irgendwie gleicht sich alles wieder aus. Das heißt, ich bleibe auch einfach mal drin. Ich bleibe einfach mal drin. Ich denke so, Kampf gegen Stahl ist sehr gut. Er denkt sich, Flug gegen Kampf ist sehr gut, aber ich habe ja noch Psycho mit drin. Er hat noch Flug dazu, irgendwas, also ich würde trotzdem schilden, denn er macht Himmelsfeger. Ist rot, war gut geschildet. Noch ein Steigerungszieg. Möchte ich aber auch nicht auswechseln, weil dann ist ja der Effekt wieder weg. Gucken mal, der hat noch kein Schild genutzt. Wir steigern uns weiter und ist er vielleicht... Nein, er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Lassen wir es jetzt durch. Ich schilde nochmal. Ich bin ein kleiner Schisser, ich gebe es zu. Jetzt ist er weg und jetzt haben wir auch noch einen Eisstrahl voll. Und was hat er jetzt als Pokémon drin? Es ist ein Wechsel, was rein. Er weiß nicht, was er wechseln soll. Er hat die Verbindung verloren. Nein, überlegt noch. Und jetzt kommt er mit Walreiser. Und wir haben immer noch einen Kampf-Pokémon. Und wir haben auch noch Steigerungshieb voll. Und wir haben einen richtig gesteigerten Angriff. Gut, dass wir unser Meditalis nicht geopfert haben. Und jetzt hier wenigstens noch ein bisschen Schaden machen können. Guckt mal an, wie viel Schaden ich mache. Und nein. Der Steigerungshieb war eigentlich nochmal voll, aber weil Reiser darf zuerst angreifen. Haut mich jetzt weg. Ich komme zurück. Er hat noch Schilde, das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf das Azumarill, weil das mehr Schaden macht als das Regi-Eis. Und die Attacke, die zuerst fertig ist, wird einfach eingesetzt, weil er hat ja eh noch ein Schild. Mindestens eins. Ich glaube, er hat immer noch zwei, weil er wusste, dass das Steigerungshieb gar nicht fett ist. Erdbeben, wieder die Hälfte, immer noch zwei Schilde. Er setzt bestimmt jetzt eins ein. Ich weiß nicht, was er als drittes Pokémon hat. Er weiß auch nicht, was ich habe. Es ist also noch ausgeglichen. Ein Knuddler, ein Schild, weg. So, noch ein Erdbeben überlebe ich leider nicht. Ich wechsle jetzt trotzdem mal auf das Regi-Stil. Ich weiß nicht, warum ich bin jemand, der nicht oft wechselt. In diesem Set möchte ich jetzt mehr wechseln. Das heißt, ich kriege einen Erdbeben, bin halbtot. Was macht er sonst noch? Ich kann eigentlich mit Zielschuss so gut wie keinen Schaden machen. Der hätte Zeit, vielleicht auf das nächste Erdbeben zu gehen. Sollen wir mal gucken, ob wir es mit Zielschuss schaffen? Geschaffen wir es nicht. Hätte ich lieber einen Move eingesetzt. Wäre vielleicht das Schild schon weg. Aber wenn er seinen Move weg hat, Nee, er hat Eissperr gemacht. Und was ist das? Jetzt kommt er mit Flunschlig rein. Ich habe Fokusstoß. Er hat aber noch ein Schild. Und ich kann natürlich nicht wechseln jetzt. Schade. Aber kann jetzt auf... Ich müsste auf Hydro-Pumpe gehen. Oh, er darf zuerst... Hydro-Pumpe hätte ihn bestimmt komplett weggefetzt. Er darf zuerst... Er darf zuerst... Er hat was? Erdbeben? Erdbeben haut mich weg. Weil einfach jeder Erdbeben hat bei ihm. Hätte noch anders ausgehen können. Ist es nicht. Egal. Der Blumenkohl-Auflauf. Der riecht so stark. Der hat mich abgelenkt. Der ist schuld. Ich sag's euch. Wir haben fünf Kämpfe jetzt aber fertig. Und haben ja noch einen gewonnen. Das heißt, wir haben sogar jetzt die Pokémon-Belohnung aus dem letzten Set. Normalerweise mache ich immer drei Sets. Früher habe ich vier Sets gemacht. Mittlerweile mache ich drei Sets. Ich habe nur bis 13 Uhr Zeit. Dann klingelt's. Das heißt... Ich muss jetzt schnell machen. Wir haben ein... ...Elect-Hack bekommen. In XXL. Das Größte, was wir bis jetzt haben. 15, 15, 10. Ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Wir gucken mal, ob wir wenigstens Rang 17 noch werden in dem Set. Dann ist ja immer noch ein bisschen Zeit. Es ist ja Zeit bis Rang 20. Das schafft man locker irgendwie. Was ich mir früher immer so Stress gemacht habe. Die ganze Zeit zu kämpfen. Wochenlang, tagelang hintereinander. Dann Rang 21 zu werden. Gefühlt in einer Woche. Und dann einfach 20 Wochen da sitzen und nichts mehr machen. War auch irgendwie blöd. Also dann lieber... ...drei Sets pro Woche in einer Sitzung mit Stream... ...ähm, mit Video. Und dann geht es immer stückchenweise voran. Wir haben... Jetzt haben wir wieder das Problem. Wir machen jetzt wieder Steigerungssieb. Weil wir sind ja bekloppt. Hätten wir Eisstrahl gemacht, könnten wir ihn vielleicht ein bisschen überraschen. Wir steigern uns aber jetzt. Er steigert sich bestimmt dann auch. Mein Angriff geht hoch. Steigerungssieb ist halt einfach schneller voll. Haut nochmal rein. Ihr seht, gegen das Galaflundschläg, was er hat, bin ich ja auch gut. Ich muss also versuchen, so zu verteidigen, dass ich mein Meditalis unbedingt mitnehme. Auch nicht unbedingt jetzt wechseln, weil dann der Angriff wieder sinkt. Ich ballere jetzt also einfach alle Schilde raus. Egal, was passiert. Ich haue einfach alle Schilde raus. Das mache ich jetzt. Jetzt habe ich den nächsten Steigerungssieb. Vielleicht hätte ich den gar nicht mehr gebraucht. Der wäre vielleicht auch so umgefallen. So. Nochmal Steigerungssieb. Er ist fort. Hast du den Galaflundschläg jetzt wieder rein? Nein, er kommt mit Azumarill. Jetzt wechsle ich doch mal raus. Auch auf Azumarill. So. Dass wir die zwei gegeneinander haben. Wer hat zuerst den Knudler voll? Jetzt kommt er plötzlich. Hat bestimmt Erdbeben. Ich lasse Erdbeben mal durch. Und jetzt kann ich eine Aquaknarre machen. Gleich. Ne, Steinhagel. Zum Glück habe ich es durchgelassen. Hoffe, er nimmt sein Schild jetzt noch. Dann ist das gar nicht so schlimm, dass wir jetzt Blubber haben. Dass wir Azumarill haben und hier ein bisschen vorgehen. Lasse ich es nochmal durch. Hat er jetzt Erdbeben. Er hat ja dann trotzdem auch noch Azumarill übrig. Aber ich habe noch Registil am Ende. Sieht also nicht so schlecht aus für mich. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwo die Aquaknarre noch unterbringe. Vielleicht hätte ich einfach auf den Feenmove gehen sollen. Dann hätte er gedacht, er schildet schnell, bevor er weg ist. Aber Aquaknarre hat so lange gedauert. Ach, Hydropumpe. Ach, was weiß ich denn, was ich für Moves habe überhaupt selber. Natürlich Hydropumpe, ihr seht das schon. Jetzt könnte ich auch schon rauswechseln. Wechsle ich. Ich wechsle jetzt. Das hat wieder nicht funktioniert. Ich habe draufgedrückt auf das Veditalis. Jetzt ist es bestimmt zu spät. Jetzt bin ich bestimmt tot. Ne, bin ich nicht. Dann wechsle ich jetzt auf das Veditalis und versuche den Rest hier rauszuhauen. Von seinem Galaflunschlik. Dann kann er meinetwegen mit seinem Azumarill wieder reinkommen. So. Ein wildes Treiben, ein wildes Hin und Her gewechselt die ganze Zeit. Der hat ja nur noch das Azumarill, was natürlich jetzt stark ist gegen mich, aber wenigstens sein Move verbraucht, sodass wir beide wieder versuchen müssen, unsere Moves zu laden. Eisstrahl ist weg. Azumarill rein. Schaffe ich es wenigstens einmal, den Knuddler durchzubringen, bevor ich weg bin. Ein Knuddler geht durch. Und jetzt kommt gleich noch das Duell mit Registil und Azumarill, obwohl er sich schon vollladen kann und ich so ewig brauche, bis ich endlich voll bin, um meinen Move zu machen würde. Aber natürlich, ich habe gar keinen Stahl-Move mehr. Aber wir haben Blitz gegen Wasser. Könnte man doch probieren. Weiß nur nicht, was er jetzt hier vorhat. Eine Hydropumpe ist weniger als die Hälfte. Okay, okay, okay. Fokusstoß ist voll. Blitzkanone ist jetzt auch voll. Müsste theoretisch reichen. Einfach den Föhn ins Wasser werfen. Passt. Forschungsaufgabe ist abgeschlossen. Ein Sieg. Finde ich gut, dass man das auch immer schon so sieht in der Vorschau. Wenn ihr wisst, ihr habt gewonnen, passt das. So, ist ein neues Set. Erster von fünf. Mein Ziel, wie immer, also drei Kämpfe in einem Set. Mindestens Gewinn für die Pokémon-Belohnung. Was trotzdem ein bisschen dumm ist, weil ab Rang 20 gibt es ja Legendäre. Und sobald ich Rang 20 bin, spiele ich kein GBL mehr. Das heißt, ich könnte nie ein Legendäres aus der GBL ziehen. Weil ich ja, sobald es Legendäre gibt, dann nicht mehr rangehe, weil mir der Rang dann reicht für den Staub am Ende. Also, das war immer so mein Gedankengang. Und vorher gibt es eigentlich nur Zeugs, was ich nicht brauche und was komisch ist. Was ich jetzt machen soll, weiß ich nicht. Da hat er mich wieder schön ausgetrickst. Gift. Gift gegen Fee. Hey, die Sau, da habe ich extra rausgewechselt und bin ihm in die Falle gegangen. Knuddler, auch nicht so krass. Soll ich etwa mit Wasser angreifen? Der haut mich halt einfach komplett kaputt. Der muss nicht mal was machen, oder? Er macht trotzdem was. Lasse ich mich jetzt rausfliegen. Was habe ich denn noch? Ich habe eigentlich gar nichts anderes, sinnvolles. Ich bin jetzt schon am Arsch, das sehe ich. Vielleicht kann ich trotzdem noch einen Knuddler zünden. Der hat ja trotzdem viel abgezogen. Gift, Gift, Gift. Knuddler, Fee. Diesmal wäre der ab. Wenigstens ein Schild weg. Ja, ich brauche jetzt auch nicht mit Meditalis kommen, oder? Ich bin ein bisschen überfragt. Ich muss aber wenigstens, doch ich muss, ich nehme Meditalis, weil ich lasse jetzt auch einfach mal durch. Ist jetzt egal. Hau mich halt um, mach halt Surfer oder irgendwas, was auch immer du da hast. Surfer. So. Weil er hat ja noch Schilde. Und weil er noch Schilde hat, muss ich ja versuchen erstmal seine Schilde rauszulocken, bevor ich versuche mit Ricky's Steel einen großen Angriff zu machen. Ihr seht, was auch passiert. Nämlich, ich habe gleich keine Energie mehr. Ich hätte noch ein Schild, aber ja, Kampf dürfte jetzt nicht so viel ausmachen. Lässt er durch. Sieht halt richtig dumm aus. Ich habe noch ein Schild. Er hat noch ein Schild. Ich muss den Rest jetzt eigentlich mit dem Quick Move machen. Kein Schild nehmen. Aber selbst wenn ich da eine Move voll habe, hat er ja immer noch ein Schild beim nächsten Pokémon, was er einsetzt. Generell hat er sowieso noch zwei andere in Pedo. Selbst wenn der weg ist, ist er weg. Er ist weg. Er kommt mit. Was ist das? Knuddeluft schon wieder. Nehme ich lieber keinen Fokusstoß. Ich nehme die Blitzkanone und er schildet. Also wenn er jetzt nicht schilden würde, würde mich das wundern. Nee, er lässt es wirklich durch. Dann habe ich doch vielleicht eine ganz kleine Chance. Jetzt kommt er mit dem Schaf. Und jetzt falle ich drauf rein und mache Fokusstoß auf das Schaf, weil es Typ normal ist. Aber jetzt muss er schilden. Und dann habe ich keinen Angriff mehr. Und dann werde ich besiegt von einem Schaf aus Wolle. Gegnerische Attacke. Aber ich habe immer noch mein Schild. Setze ich halt einfach mein Schild ein. Gegenstoß. Wäre bestimmt gar nicht so krass gewesen. Ich gehe einfach nochmal auf Fokusstoß. Um vielleicht trotzdem das Schaf wenigstens loszuwerden. Ich weiß nicht, ob das noch so viel ausmacht. Da der ja wohl geschwächt ist jetzt, der Angriff. Und reicht es fürs Schaf? Es reicht fürs Schaf. Aber er hat immer noch seinen Knuddel-Luft. Und ich habe, bis ich meinen Move voll habe, es ist komplett egal, was der jetzt macht. Ach, nix. Ich hätte jetzt auch Fokusstoß gemacht. Einfach so. Wenn das eher fertig gewesen wäre. Ist es aber nicht. Ich sage jetzt einfach mal, das war spannend. Und ihr denkt so, Alter, was macht der da die ganze Zeit? Aber für mich war das spannend, weil ich bis zum Schluss gar nicht wusste, dass der noch ein Schaf hat. So. Dritter Kampf. Bis jetzt 1-1. Es ist also noch nichts verloren. Geh mal rein. Have it. So heißt übrigens meine Tastatur. Have it. Wenn ihr eurer Tastatur auch einen Namen gegeben habt. Fussi 04 oder so zum Beispiel. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Meditalis Flunschlig. Sieht gut aus. Finde ich schön, dass alle Flunschlig spielen. Wechselt er. Er wechselt raus. Er geht auf Noctu. Noctu ist ja jetzt schon wieder Typ Normal, aber auch Typ Flug. Ich, Idiot, setze natürlich Kampf ein. Weil ich denke gegen Typ Normal. Aber eigentlich könnte man ja Eis gegen den Typ Flug nehmen. Hm. Was ist also jetzt schlauer? Ich weiß es nicht. Gebt mir doch mal Tipps. Wenn ihr Noctu habt, würdet ihr eher mit Eis angreifen oder eher mit Kampf? Na Eis, weil der Kampf ist ja durch den Flug, wird es ja aufgehoben. Verstehst du? Aber Eis ist einfach Eis. Es gibt nichts, was dem Eis entgegen wirkt. Trotzdem wäre er komischerweise ab. Wahrscheinlich hat er auch Angst vor mir. Deswegen würde ich auch mein letztes Schild jetzt einfach nehmen, weil er ja trotzdem mit dem Galaflunsch-Link noch unterwegs ist. Und ich meine, wie die Thales gerne gegen das Galaflunsch-Link nochmal nehmen möchte. Vielleicht geht er jetzt auch kaputt. Durch die Quick-Moves geht er kaputt. Und dann habe ich einen vollen Steigerungssieb gegen das Galaflunsch-Link. Das wäre es. Nein, er kommt natürlich mit etwas ganz anderem. Er kommt mit Landtouren. Und was mache ich jetzt? Rauswechseln. Drin bleiben. Gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich mache hier keinen Schaden. Also, was soll das jetzt werden? Nichts. Lass ihn mal einen Move machen. Wenn ich mir da zu machen will, komm, auch nichts. Ist ja Wasser. Er hat Elektro. Heißt, für mich bleibt nur, zack, Registil übrig. Und jetzt wechselt er natürlich auf seinen Flunsch-Link. Ach, ist das ein Seppel. Ein Fokus-Stoß vielleicht gegen den Stahl-Typ. Ansonsten kann er mit Erdbeben natürlich wieder gut gegen mich ankommen. Aber ich versuche den Spieß ein bisschen rumzudrehen. Und kann ja auch nochmal wechseln. Das habe ich ganz vergessen gerade. Ich kann doch auch wechseln auf das Flunsch-Link. Besser wäre es gewesen, wahrscheinlich ich wäre drin geblieben noch. Hätte erstmal meinen Move ein bisschen aufgefüllt. Vom Registil. Und hätte dann, nachdem er ein was überlebt, den Rest einfach hier auf das Landturm gezündet. Vom Registil oder dem Ausgewechselten. Weil hätte es sein können, dass er mich jetzt umbringt, bevor ich was mache. Weil bis Registil jetzt wieder voll ist, vergehen wieder 10.000 Jahre. So, der grillt mich jetzt. Der setzt mich schön unter Strom. Ich lade ein bisschen was auf. Er gibt auf. Zweiter Sieg. Bei drei Matches. 2 zu 1. Pokémon-Belohnung ist noch möglich. 1.124. Okay, okay, okay. Geh mal wieder rein. Rang 17 heute das Ziel. Dann habe ich, wenn ich nächste Woche nochmal mache, bin ich dann 18. Dann die Woche danach bin ich 19. Dann ist es eigentlich, das würde eigentlich reichen. Ja, 20 ist er dann sowieso nix. Und 21 ist dann gefühlt auch nix. Also, die restlichen zwei ergeben sich von alleine. Meistens durch die gute Vorarbeit. So, er steht jetzt hier. Er macht gerade nix. Weil er nichts macht. Könnte ich trotzdem meinen Angriff mal steigern. Pokémon-Belohnung. Incoming. Uh, yeah. Sexy. Deswegen, das sieht man, wenn man schon seinen Move gemacht hat und es trotzdem nicht gleich zündet, sondern drei Jahre dauert, bis er den Move wirklich erstmal ausführt, dann wisst ihr schon, irgendwas passt nicht. Auch jetzt beim Wechsel würde es drei Jahre dauern, bis er seinen Pokémon auswählt, weil ich denke mal, er ist aus der Sitzung geflogen. Und ich wäre dann wieder gemeldet als Cheetah oder was? Ein GBL. Jetzt können wir es mal ausprobieren, wenn wir Eishieb nehmen. Wir haben ja gesehen, Kampf macht nix viel. Jetzt haben wir Noctu. Jetzt nehmen wir Eishieb. Gegen Noctu. Wegen Flug. Wie viel macht das denn aus? Der wird ja sicherlich nicht schilden. Alle Guten, die ich hatte mit interessanten EV, habe ich gepusht. Natürlich auf 50, also habe ich nichts mehr übrig, wie man sieht. Und muss mit Shinies kämpfen, weil Shinies ich nie gepusht habe. Und so sind die in den unteren Bereichen noch verfügbar. Während ich Hunder da immer aufs Maximum gepresst habe und dadurch alle Ligen überschritten habe. Ihr seid schuld bei Max Out Monday, weil ihr das immer wollt und verlangt. Und sagt aber, mach mal diese, mach mal jenes. Und was hat er noch? Er hat noch einen. Also solche Matches liebe ich gerne öfters. Und es ist, es ist... Was da so dauert. Es ist Tauboss. Also hat er im Prinzip dasselbe nochmal gemacht. Nochmal normal und nochmal Flug mit rein. Tauboss, okay, wieso nicht. Ist natürlich eine komische Auswahl. Ich nehme zwei Normal-Pokémon vom Typ Flug mit rein. Bist du anfällig, wenn da so ein Iceman kommt und dich einfach kaputt schlägt. Guckt dir das an. Sehr effektiv. Gewonnen. Vier Forschungsaufgaben aktualisiert. Jetzt reicht es schon zur Pokémon-Belohnung, aber ich muss immer noch den fünften Kampf machen. Vielleicht ist es ja sogar ein 4 zu 1. Würde mir für den Aufstieg auf jeden Fall besser gefallen und mehr bringen. Ansonsten verlasst ruhig, gebt ruhig auf, lasst mich da durchziehen. Ich bin ja nur so gut, wie meine Gegner es zulassen. Kampf beginnt. Da muss man sich auch schon mal auf... Hey, der ist Rang 18. Haben sie schon gemerkt, ich habe Potenzial für mehr. Also hauen sie mich schon zu 18 hoch. Nach Tara. Unlicht. Da bin ich mit Kampf doch wieder gut dabei. Schwache Verbindung. Also er ist auf jeden Fall aktiv. Er ist nicht rausgeflogen. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte der ja auch einen normalen Move haben. Ja. Oder greift halt mit Unlicht an. Und Unlicht müsste mir eigentlich komplett am Arsch vorbeigehen. Also lasse ich es einfach mal durch. Steiger mich weiter und setze meine Steigerungsziebe ein. Finster Aura. Gut, hat mehr abgezogen als gedacht. Jetzt hat er... Was? Azumarill hat er jetzt drin. Ja, dann würde ich jetzt auch auf Azumarill wechseln bei mir. Also wieder LKW-Rennen machen. So. 1492 gegen 1498. Jetzt kommt es wieder darauf an. Wer schildet zuerst? Wer darf zuerst angreifen? Er wäre der Erste. Hat er Knuddler? Hat er... Hat er Hydropumpe? Hat er was ganz anderes? Hat er... Er hat Knuddler. Er hat Knuddler. Ich habe auch Knuddler. Okay. Dann knuddeln wir jetzt wieder gegenseitig. Meinetwegen kommst du dann halt wieder mit nach Tara. Ich habe ja immer noch meinen... Mein Joker. Mein Ass. Habe ich im Ärmel. So. Wer ist zuerst gelb? Er ist zuerst gelb. Ich mache viel mehr Schaden als er. Das sieht richtig gut aus. Jetzt hätte ich fast sogar... ...meinen Knuddler eher durchbringen können als er. Also ich überhole ihn ein bisschen. Könnte man sagen. Er setzt an. Ich ziehe nach. Blau gegen Gelb. Die große Fede. Deswegen. Ich bin ja Team Gelb. Da muss mein Azumarill natürlich auch gelb sein. Und jetzt. Da dürfte er keinen Move vor mir voll kriegen. Müsste aber vor mir zu Boden gehen. Obwohl mein Move ist auch gleich voll. Und jetzt wechselt er raus. Dann gehe ich jetzt auf Hydro-Pumpe. Weil damit rechnet er jetzt bestimmt nicht. Hat aber einen vollen Move sicherlich mitgenommen. Hydro-Pumpe. Nach Tara ist raus. Jetzt kommt er mit seinem Azumarill wieder rein. Macht er jetzt einen Move? Er macht einen Move. Achso. Ich habe eh noch zwei Schilde. Das heißt, ich kann abschilden. Und ihn dann besiegen. Und schon weiter den nächsten Knudler aufladen. Um zu gucken, was er noch so hat. Geist. Geistpflanze. Trombok. Ich nehme einfach nochmal Knudler. Und jetzt bin ich glaube ich komplett am Arsch. Weil. Er hat halt noch ein Schild. Aber Geist gegen Stahl ist auch nicht gut. Nein. Tu ihn doch nicht rein. Ich brauche den Eisstrahl. Der bringt mich um. Wenn er den durchlässt. Den aber. Er hat ja noch ein Schild. Ich hätte Registil nehmen sollen. Oh. Er hat ihn wirklich durchgelassen. Und jetzt kommt Registil. Und jetzt muss ich mit meinen kleinen Patschehändchen versuchen. Den Rest fertig zu machen. Ich lasse mal den ersten durch. Ich hätte Registil nehmen sollen. Oder? Und er macht nochmal einen Move. Und ich muss abschilden. Ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Wie gesagt. Registil reigen. Dann hätte er sich da an dem Registil ein bisschen ausgetobt. Vielleicht hätte ich mit Registil. Sein Schild rauslocken können. Wenn ich dann tot wäre. Dann aufs Meditalis. Und er hätte mit einem Eisschlagsturm-Dings vielleicht den Rest irgendwie geschafft. So hat er zu viel Energie übrig. Dass ich dieses kleine Pötzchen nicht schaff wegzukriegen. Und er macht Spukball. Und das war's. Trotzdem 3 zu 2. Obwohl man den einen ja nicht werden kann. Weil der Gegner nicht da war. Also eigentlich ist es 2 zu 2 im 5er Match ausgegangen. Also 3 zu 3. Also es ist irgendwas ausgegangen auf jeden Fall. Und ein Panzer-Aeron. Panzer-Aeron. Werfen wir einmal drauf. Nehmen wir mit. Ein Set und ein halbes haben wir gespielt. Es ist 12.53 Uhr. Ein Set machen wir auf jeden Fall noch. Das wird man noch hinkriegen. Ein 96er Panzer-Aeron. Haben wir schon den Level 17 Aufstieg jetzt. Es fehlt ein ganz kleines bisschen. Das wäre ja perfekt. Also ich hoffe wieder, dass ich 3 schaffe. Und durch 3 Siege jetzt dann zu Rang 17 kommen. 26 Minuten aufgenommen. Normalerweise gingen die Ramses Minus-Folgen immer genau eine Stunde. Beim letzten Mal konnte ich leider das 5er Set nicht fertig spielen. Weil zwischendrin die Meisterliga gewechselt hat und nicht mehr da war. Und dann ging es halt einfach nicht weiter. So, wechseln wir auch mal auf Azumarill. 94 gegen 98. Und er kommt mit Scheldera. Sehe ich auch selten in der GBL. Sehe ich natürlich auch selten in Raids. Sehe ich auch nicht in Arenen. Sehe ich also eigentlich nie. Wusste gar nicht, dass es dieses Pokémon gibt. Müsste als nächstes kommen. Hat halt gut was jetzt mit Pflanze gegen Wasser. Ähm, ich möchte nicht meine Azumarill einfach aufgeben. Deswegen einmal soll sie noch überleben. Vielleicht schafft es einen weiteren Knudler rauszubringen. Um wenigstens das zweite Schild rauszulocken beim Gegner. Damit das jetzt nicht ganz umsonst war. Er schildet nämlich immer ab. Er hat vielleicht ein bisschen Schiss in der Buchse. Und jetzt ohne Schilder kann ich zurück. Der hat auch Boden. Bringt mir also nichts mit Registil. Komme ich also mit Günther um die Ecke. Und jetzt kann er theoretisch ja schon wieder wechseln. Macht er nicht. Lass ich das jetzt durch. Ich wollte erst auf Eisstrahl gehen. Dann dachte ich, den Eisstrahl brauche ich ja eigentlich noch. Dann haue ich jetzt mal drauf. Ich hoffe, der hat ihn immer noch drin. Dass ich erstmal meinen Angriff steige. Dass der Eisstrahl noch da ist. Gegen Azumarill vielleicht. Soll ich jetzt den Rest so besiegen und den Eisstrahl aufladen? Ja. Und jetzt einfach Eisstrahl. Irgendwo drauf. Azumarill ist da. Der kriegt jetzt den Eisstrahl ab. Einfach so. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich auch auf Registil wechseln kann. Und versuchen muss, das Azumarill zu grillen. Ich habe noch ein Schild. Er hat keins. Also ein Stromstoß dürfte passen. Das heißt natürlich Blitzkanone. Nee, jetzt müsste es natürlich wieder ein Fokusstoß sein. Weil der Gegner hat ja wieder... Was ist das? Das Gestein und Stahl. Fokusstoß sieht gut aus. Reicht aber trotzdem nicht. Jetzt muss ich hier versuchen, mit den Quick Moves ihn runter zu prügeln. Je nachdem, wie gut das gelingt. Vielleicht schaffe ich es einfach, mit Zielschuss ihn zu besiegen. Und eine volle Blitzkanone auf das Azumarill zu leiten. Das wäre ein Traum. Ich weiß nur nicht, wie schnell der wieder angreifen kann. So, jetzt kommt Azumarill wieder rein. Und die Blitzkanone ist auch voll. Mein Angriff ist leider nicht mehr der beste. Durch den einen Fokusstoß hat er gelitten. Trotzdem sehr effektiv. Angriff singt jetzt auch von ihm. Ich wechsel jetzt mal hier auf... Genial. Ich wollte jetzt wechseln auf das Meditalis. Weil ich dachte, wenn der jetzt einen Huf macht, bin ich vielleicht weg mit dem Registril. Schaff es mit dem Rest nicht. Ich wollte das Meditalis reinnehmen, um es zu opfern. Dass ich dann wieder neu aufladen kann und so weiter. Aber vielleicht hätte der das Registril auch gar nicht besiegt. Und ich hätte ihm dadurch verholfen, seinen Move erst recht aufzuladen am Meditalis, um es dann gegen das Registril zu werfen. Habe ich also Glück gehabt, dass er aufgegeben hat. Irokex müsste auch leichter Gegner sein. Hat zwar auch hier so Kampf, aber hat natürlich auch Unlicht drin. Das heißt, ich kann voll draufhauen und es macht mega viel Schaden bei ihm. Solange der also drin ist und drin bleibt, bin ich guter Dinge. So, Steigerungssieb. Zack, draufgesetzt. Ihr seht, das wird gleich noch krasser. Guckt, wie sehr er das abnimmt. Der kommt eigentlich zu nichts. Ich würde seinen Sitz auch einfach durchlassen, weil was kann der schon? Kampfmoves. Ich bin im Psycho, kann nichts machen. Unlichtmoves. Pah, machen auch nichts. Also nicht so viel, zumindest. Das hat voll was gemacht. Oh mein Gott. Jetzt hat er trifft Zeppli am Start. Da gehen wir jetzt mal auf den IC. Ansonsten bin ich wieder aufgeschmissen mit meinem Kampfteil. Und deswegen gehen wir jetzt auf Azumarill. Er hat ja gerade gewechselt. Das heißt, er ist erstmal ein bisschen drin. Das heißt, weiter, dass ich ja gar keinen Eisstrahl mehr habe bei Matsumarill. Warum auch immer. Wer hat mir das weggenommen? Wer hat dazu geraten, das wegzumachen? Wir lassen jetzt alles durch und versuchen jetzt, den Ballon zu knuddeln. Das Ei und der Ballon. Okay. Knuddler drauf. Schöne Animation immer. Außenrum. Wenn da von den Geistmoves noch die Lichter da rumfliegen. Ja, war jetzt halt auch nicht so effektiv, wie ich sehe. Dürfte aber, falls ich nochmal dazu komme, ausreichen. Da er ja jetzt gerade erst über die Hälfte meiner Energie gekommen ist, denke ich, egal was er macht, ich werde es eh überleben. Und, schau nochmal, Knuddler hinterher. Vielleicht habe ich ihn ja jetzt. Oder er schildert. Er schildert nicht. Hä? Er ist wieder... Ach, was machst du? So ein Hin und Her. Jetzt komme ich mit Azumarill nicht klar. Jetzt hat er hier Pflanze, aber auch Stahl. Das heißt, ich komme wieder rein mit Kampf. Ich habe zum Glück noch zwei Schilder, die ich jetzt auch beide nutzen werde, weil den brauche ich jetzt unbedingt hier. Und vielleicht kann ich ja noch ein Eis. Move auf den Ballon machen. Wichtig, dass der sich jetzt also hier steigert und jedes Schild genutzt wird. Hier seht ihr. Rot, rot, rot. Angriff steigert sich. Der haut jetzt richtig rein. Ich glaube, kein normaler Mensch würde jetzt ein Schild noch nehmen, bei so wenig Energie, wie ich noch habe. Aber ich mache das jetzt, denn ich glaube fest daran, dass ich noch einen Steigerungssieb durchkriege. Ich denke mal, ich bin bei Rockertrübeln oder so mit 3-Sekunden-Regel, wenn ich meinen Move gemacht habe, dass der erst mal 3 Sekunden nicht angreifen kann. Was natürlich Quatsch ist. Jetzt kommt er zurück. Jetzt ist trifft Zeppli da. Jetzt kommt Registrier rein. Jetzt muss ich irgendwas machen. Am besten natürlich Blitzkanone, aber er hat da sicherlich einen Spukball vor mir da. Hat er zwei, hat er einen, hat er gar nichts. Das ist ein Luftballon. Wenn da der Blitz einschlägt, Spukball, ist nicht bei der Hälfte, das heißt, ich würde noch einen überleben, hab die Blitzkanone voll und kann jetzt angreifen. So. Müsste mein Sieg sein. Mein Zweiter. Habt doch gerade einen schon gehabt, oder nicht? Er hat den Tantel immer noch im Start. Den habe ich übersehen, dass der den rausgewechselt hat. Ich bin davon ausgegangen, der ist gestorben. Ist er nicht. War kein Problem. Zielschuss hat natürlich erledigt. So. Ich hoffe, dass das jetzt der zweite Sieg war. Damit ich noch einen brauche für die Pokémon-Belohnung und hoffentlich für Rang 17, dass das auch fertig ist. So. Kampf beginnt. Fritzmann 1. Fritzmann 1. Und Zumpax als Krypto-Variante. Dürfte gar nicht so brutal sein gegen mich, aber ich dürfte ein bisschen was gegen ihn machen können. Würde ich auch. Aqua-Hobitze. Also wenn ich Machomai habe und er macht Aqua-Hobitze, bin ich immer so gut wie tot. Was macht es jetzt hier? Fast dasselbe. Also gefühlt hat mir die Thales gerade mehr Energie übrig gehabt als Machomai. Aber eine zweite würde ich auf jeden Fall nicht überleben. Also steigern wir uns kurz. Hauen jetzt nochmal drauf. Versuchen jetzt. Vielleicht zu überleben. Ich weiß nicht, was danach kommt. Wir gucken es uns lieber erstmal an. Was kommt danach? Können wir nochmal was machen? Schaffen wir es mit den normalen Moves? Haben wir einen Eishieb über? Wen nimmt er rein? Ist es Stahl? Ist es Kampf? Es ist Machomai selber. Mach mal jetzt Eishieb für das Machomai. Als Überraschung. Er wäre da auch ab. Es ist auch ein Krypto. Jetzt haben wir nochmal hier. Steigerungshieb. Wäre da nochmal ab. Dann hat er gar keine Schilde mehr. Das geht jetzt ziemlich zügig, oder? Es riecht auf jeden Fall Pupsi. Der Auflauf läuft aus. Also. Registil darf ich nicht mit reinnehmen. Komm mal hier mit Azumarell. Der kann eigentlich jetzt nicht groß was machen, oder? Der hat vielleicht Steinhagel und Wuchtschlag. Ne, Kreuz. Kreuzhieb nehmen die ja immer. Steinhagel ist auch nicht so krass. Lasse ich jetzt erstmal so. Würde vielleicht jetzt einfach nur aufladen. Schilden, dass ich es überlebe. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier... Der hat Stahl. Wer ist denn ein unsympathischer Mensch? Katja Krasaviks. Katja Krasaviks. Ja, das war natürlich jetzt doof, weil ich natürlich eher den anderen Move hätte nehmen sollen, statt den Stahl. Ne, den, 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 den... Siehste, jetzt hat die Katja ist schuld. Da kannst du dich gar nicht konzentrieren. Wenn Pupsi Ohrwürmer hat. Würmer in den Ohren. Fokusstoß. Jetzt zurück. Eis. Also Fokusstoß. Stahl. Also Fokusstoß. Schild. Hat er nicht mehr. Ist. Also weg. Was war übrig? Das Maromai. Was mich zerfetzt und auf mich draufhaut. Was natürlich seine Moves jetzt voll machen kann. Ich nicht und jetzt auch keinen geladenen Move mehr auf meinem, äh, Azumarill mehr hab. Und er trotzdem den Sack jetzt zumachen könnte. Was hat er jetzt? Ein Steinhagel. Ein bisschen ist noch übrig. Knuddler. Knuddler. Nimm doch Knuddler. Oh. Knuddler war doch voll. Und ich hab dreimal draufgedrückt. Das wär's doch schon gewesen. Mann. Nee. Nächster Kampf natürlich. Und. War das der dritte? Wär das meine Pokémon-Belohnung gewesen? Die ich mir jetzt selbst kaputt gemacht hab. Natürlich. Wär denn sonst? Feilitsch. Ist der Gegner mit Tromborg. Da hab ich jetzt schon keinen Bock. Was mach ich denn jetzt wieder mit Tromborg? Wechseln auf Azumarill. Und dann ist er trotzdem Pflanze gegen Wasser. Also Tromborg ist der Boss gegen alles, was ich auf der Hand hab. Weil. Sein Geist ist gut. Gegen. Gegen Regis Deal. Ach jetzt wechselt er auch auf. Ich weiß ja gar nicht mehr was ich machen soll. Ja Pupsi würdest du dich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen dämlichen Promis beschäftigen. Oder möchte gern Promis. Oder irgendwelchen Bitches im Internet. Dann müsstest du auch nicht den ganzen Tag die Ohrwürmer von denen ertragen. Und was schon wieder wie, wo, was. So. Guck lieber mal eine Folge Ramses Minus. Damit du siehst, wie man es nicht macht. Jetzt komme ich zurück mit Meditalis. Der haut jetzt auf den Bauch. Und das ist wieder Schwachsinn. Weil ich mir den Eisstrahl hätte aufheben sollen gegen Tromborg. Gegen sein Blattgewurstel, um da drauf zu hauen. Das wär's gewesen. Das wär die einzige Chance gewesen, die ich hab. Im gesamten Spiel grad. Guck, wir machen den Eishieb nämlich voll. Und sehen, dass er einfach noch zwei Schilder hat. Und wahrscheinlich beides mal abwehrt. Und wir einfach gar nicht durchkommen. So. Abgewährt. Ey. Du bist der Beste. Aber ich kann ja auch noch abwehren. Zweimal. Aber wie ihr seht, macht er natürlich mehr Schaden als ich. Das heißt, ich bin dann weg. Samenbomben, Mann. Sehr effektiv. Nicht sehr effektiv. Und jetzt wäre ich nochmal ab. Und er kommt bestimmt wieder nur mit Samenbomben. Hm. Weil er ja jetzt schnell meine Schilder rauslocken muss. Aber weil er ja selber natürlich noch eins hat. Und weil der Move sowieso jetzt nach hinten losgeht. Und ach, was will ich denn überhaupt? Wäre er doch einfach ab. Und jetzt versuche ich kurz so. Mehr schaffe ich gar nicht. Ich sehe es doch ein. Und er hat gewonnen. Und jetzt habe ich noch ein Regis-Deal. Aber bis ich mit dem was machen kann. Da hat er nämlich jetzt wieder Spukball. Ach. Ist das schön, wenn man zwei Moves hat, ja? Spukball. Ist nicht die Hälfte. Was ist das? Sumpex. Wasser. Warte. Stromstoß. Mann. Lass mich doch zuerst angreifen. Wer hat natürlich jetzt... Erdbeben. Wenn. So schnell wie das war, müsste es Aqua-Hobitze sein. Aber. Ist es auch. Stroh... Blitzkanone. Strohkanone kommt trotzdem noch. Ah. Einmal drauf. Einfach fabelhaft. Blitzkanone. Angriff sinkt. Tot. Strohkanone. Ich brauche übrigens wieder einen Titel für das Video und weiß immer nicht was. Und deswegen macht man nur Quatsch. Nein. Ist der fünfte. Das heißt, ich habe zwei gewonnen, zwei verloren. Es geht immer noch um die Pokémon-Belohnung. Das heißt, ich muss noch genau einen gewinnen jetzt. Das ist der letzte und entscheidende. Wilde kann ich nicht lesen. Ging zu schnell. Landtouren, Elektro, Wasser. Was macht der? Ich darf nicht auf Azumarill. Das heißt, ich bleibe drin. Ich bleibe drin und mache Steigerungshieb. So. Steigerungshieb. Wechseln ist sowieso nichts. Also ich bleibe einfach weiter drin. Angriff steigert sich ja. Ich lasse auch mal durch. Was er so macht. Er hat meins ja auch durchgelassen. Ich glaube, das klingt fair. Und es ist... Server. Nicht über die Hälfte. Das klingt schon mal gut. Also machen wir den nächsten Steigerungshieb. Vielleicht schaffen wir es dann auch mal mit zwei, drei Moves über seine Hälfte zu kommen. Er ist gelb. Eins, zwei, drei, vier. Ich muss schilden. Ich habe geschildert. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal, bevor der wieder auf... Bevor der wieder angreift. Nein, er hat einfach noch einen. Noch. Dann nehme ich das Schild jetzt auch und greife einfach an. Und guck mal, was passiert. Hallo. Hallo. Das ist GBL, genau. Das GBL-Maskottchen mit der roten Jacke. Jetzt neu. Eins. Es ist weg. Angriff. Aber er hat immer noch zwei Schilde. Das heißt, ich brauche... Ich habe... Noctu. Jetzt ist doch dasselbe Problem wie vorhin. Diesmal gehe ich aber auf Ice Heap. Obwohl er natürlich noch zwei Schilde hat. Also ich sehe jetzt noch nicht, dass ich das gewinne. Siehste? Und jetzt? Weg. Aber er ist gelb. Und wir haben noch Azumarill. Wir können noch den Vogel nass machen. Und dann kann er nicht mehr so gut fliegen. Habe ich mal in einer Doku erfahren oder gelesen. Nasse Vögel können nicht fliegen. Das ist der Videotitel. Das muss ich mir nur mal merken. Nasse Vögel können nicht... Ja... Hau doch den nächsten noch raus. Warte mal. Nee, der hat eh nicht so viel Schaden gemacht bei mir. Also ist okay. Kann er ruhig machen. Mach du mal da mit deinem Spukball rum. Ich komme jetzt einfach da mit. Ich habe immer noch das Registil. Er hat aber auch immer noch eins. Und er hat noch ein Schild. Und er wehrt ab. Und ich wechsle jetzt einfach. Warum auch immer. Und jetzt kann er zwei Spukbälle auf mich machen. Und dann bin ich auch tot. So ist der Plan ungefähr. Und jetzt macht er Himmelsfeger. Nein, er macht natürlich Spukball. Und es... Hä? Es macht einfach halt gar keinen Schaden. Das heißt, ich kann theoretisch jetzt den Rest gemütlich einfach mit Registil machen. Weil wenn er noch einen einsetzt, ist das ja auch nicht so heftig. Jetzt sollte ich aber doch vielleicht mal einen Move machen. Bevor ich tot bin und mit vollem Move untergehe. Also machen wir eine Blitzkanone. Und schauen, was er als letztes hat. Und was das aushält. Und es ist Stahl. Und wir brauchen natürlich jetzt Fokusstoß. Und kommen nicht hin. Können vielleicht aber eine Hydropumpe gegen den Bodenanteil machen. Ja, der ist jetzt weg. Haben wir eine Hydropumpe? Nein, haben wir auch nicht. Sind aber sehr effektiv. Und die Hydropumpe wird auch nicht voll. Steinhagel. Tod. Ach man. Ich verstehe es nicht. Das heißt, keine Belohnung diesmal. Drei verloren. Nur zwei gewonnen. Reicht es für Rang 17? Ich weiß es nicht. Es reicht wenigstens für Rang 17. Rang 17 ist drin. 2700 Staub. Also eigentlich hätte ich jetzt sowieso. Ich hätte es ja nicht Mittwoch machen müssen. Ich hätte es ja auch am Donnerstag machen können. Weil die Liga wechselt ja nicht. Die Liga an sich wechselt nicht. Es bleibt ja trotzdem dann Superliga. Es ist also zwei Wochen Superliga. Nur immer mit einem Zusatzcup. Wettercup und Meisterpremier. Interessant wäre es vielleicht gewesen, also den Wettercup mal zu machen. Aber da brauche ich ja wieder ein anderes Team. Und da kenne ich mich ja wieder nicht aus. Und da funktioniert wahrscheinlich auch nicht das, was ich sonst habe. Und bevor ich den Namen vergesse. 17 ist erreicht. Jetzt geht es gleich ans Essen und Hausaufgaben machen. Und deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der nasse Vogel kann nicht fliegen. Fertig. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wie weit seid ihr momentan in der GBL? Macht euch GBL Spaß? Was ist eure Lieblingsliga? Schreibt es mal rein. Und bis dann. Ciao.